Controlling kommt von Kontrolle, denn Ordnung ist das halbe Leben. Wir schauen ganz genau hin. Falsch, nicht bei Goldbeck. Controlling bedeutet bei Goldbeck einfach, dass wir die Leute unterstützen. Wir unterstützen die Fach- und Führungskräfte mit Auswertungen, mit Analysen. Wir versuchen, frühzeitig Trends zu erkennen anhand der Zahlen, die uns vorliegen. Planen, steuern, koordinieren. Das ist eigentlich das übergeordnete Ziel bei uns im Controlling. Die Wertschätzung hier, die Menschlichkeit. Ich bin seit zehn Jahren hier und würde auch kein anderes Team haben wollen. In dir steckt mehr Controlling, als du denkst. Bewirb dich bei uns. Mal�uus WDR WDR Untertitelung des ZDF, 2020